Erfrischend. Nach diesen 0,3 Millilitern ist sie völlig durstfrei. Ein Pogen. Das ist jetzt hier aber Bogen Level 1, ne? Der ist nicht so gut, oder wie? Das sieht doch geil aus. Was erwartest du? Es ist ein normaler Bogen. Ein Sportbogen. Ein Vogel! Ich möchte in irgendeinem Spiel verdammt nochmal einen Vogel töten. Ist denn gegen Vögel? Da ist ein Reh. Da ist ein Reh. Links. Ja, aber da ist auch ein Vogel. Ja! Ja, was ist denn mit dem Vogel? Wo ist der Vogel? Der hört sich in Luft aufgelöst. Das ist ja enttäuschend. Da ist das Reh. Hat irgendwie nicht wirklich ein Problem mit dir. Voll in die Fresse. Hahaha! Scheiße! Nein! Oh Mann! Verfickte Scheiße! Hab ich einmal getroffen? Was ist denn das denn? Was ist meine Powerattacke? Ey, ich treff die doch! Ja! Ich hab die wirklich getroffen. Wer redet da mit mir? Noch mehr Rehe! Was willst du mir denn? Du hast nur drei Pfeile! Ein Vogel! Ah, los, los! Ja, voll in die Nass geschossen. Du hast keinen Pfeil mehr. Na, ach man, jetzt kann ich den Hasen nicht töten. Wo rennst du eigentlich lang? Ich weiß es nicht. Ja, so sieht es auch aus. Du bist doch völlig falsch. Du bist hier wieder am Anfang. Vielleicht ist in der Hütte noch irgendwas. Ist ja klar, die Tür kriegt sie wieder nicht auf. Die probiert es noch nicht mal. Ein Seil! Ein Baum geschlungen. Aber warum? Alter, du schießt aber auch eigentlich nur daneben, oder? Wow! Da, los! Fahrkarte! Die spielen aber auch mit mir. Nö, die machen die fertig. Die werden nicht so lange auslaugen, bis du erschöpft zusammenbrichst. Und dann werden sie dich fressen. Oh, und du kannst Bären sammeln. Ist das geil. Das ist ja voll realistisch. Bären sammeln? Ja, und dafür hast du zehn EP bekommen. Och nein! Lauf! 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 Na, los! Geh kaputt, Kiste! Ich glaub, so wird das nicht funktionieren, du. Uuuh! Ups! Du musst da lang, ja. Da! Da komm ich doch gerade her. Ach, hier! Das ist all my fault. Was hast du hier denn falsch gemacht? Naja, jetzt hätten wir vielleicht mal den Vorspand sehen sollen. Jetzt haben wir wieder über die Costa Concordia geredet und haben jetzt keine Planlosen jetzt auch nicht machen müssen. Nein, Richtigstellung. Du hast keinen Plan, was du machen musst. Okay, dann. Dankeschön! Juhu! Ich drücke einfach das. Man weiß, dass ich hier hin muss. Jetzt ist die Tür auf dem... Tiefes Loch im Boden. Sicher, das ist genau das, wo ich jetzt reinzugehen habe. Jetzt sag nicht, die Tür ist so zu, dass ich nicht mehr raus kann. Nee, tatsächlich. Absolut unaufmachbar. Okay, so geht's auch. Ich will sich für eine Fackel nicht einfach so auf den Holztisch legen. Wusch! Oh! Oh, das Ding können wir aber gut gebrauchen. Ja, und wo ist jetzt der mysteriöse Kerl? Sie müssen sagen, der ist jetzt auch hier wieder raus. Was hat er denn gemacht? Er ist da rein, hat den Schallplattenspieler angemacht, hat ein bisschen in das Fleisch reingehauen und ist hier wieder raus, oder wie? Was? Warum schleicht er sich denn da jetzt so an? Du hast schon an den Untertiteln gehört, dass es seine Verbündeten sind. Oh, Samwise! Oh je, der wird's nicht lange machen. Mit Tires? Dem Typen trau ich nicht. Tup-tup-tup-tup-tup! Ah! Was ist jetzt passiert? Jetzt hast du irgendwie weggedrückt und jetzt... What the fuck? Tja, jetzt ist die große Frage, das müssen wir jetzt natürlich rausfinden. Was ist passiert? Tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump-tump. Ich kann mich nicht bewegen übrigens. Tja... Oh, hier ist es sogar irgendwie ein Schuss in... in die Pfote gestorben. Tja, das war ein präziser Schuss in die Pfote. Tja, das stimmt einfach jeder. Boah, war das schwer. Ah, Mann. Fuß in der Bärenfalle. Bärenfallen sind dazu ausgelegt, einem Bären den Knöchel zu brechen. Ist es wirklich dafür gedacht, einen Bären zu fangen? Ich habe noch nie gesehen in irgendeinem Videospiel, Film oder irgendwas, dass da ein wirklicher Bär drin ist. Sondern immer nur Menschen, Hunde, Rehe und so weiter. Es heißt nicht umsonst Bärenfalle. Hier am Feuer. Das erhöht die Willenskraft um vier. Dem würde ich auch nicht trauen. Nee, dem traue ich. Das sieht aus wie so ein Fuzzi, der aber nichts drauf hat. Scramble. Move B to dodge enemy Zeug. Oh, oh. Hm. Ah, jetzt kannst du die Kiste kaputt machen. Richtig. Wow, ich halte noch ein bisschen was aus, die Dinger. Ah, was zum Teufel. Hä? Ich habe doch Y gedrückt. Zu früh, zu spät? Ach, zu früh und zu spät geht auch. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt richtig laufe. Ja, der ist doch schon mal tot. Was war das denn jetzt? Jetzt haben die sich noch nicht mehr Mühe gegeben. Jetzt haben die sich einfach nur dumm angeknurrt und haben sich abschießen lassen. Wie viele Pfeile hier rumliegen? Ach, das wollte er mir jetzt zeigen. Kreidemalung auf einer Wand. Ach nee, jetzt muss ich eine Eisenstange finden oder sowas, oder? Finde die Eisenstange. So, und jetzt im richtigen Augenblick. Ja! Wieso ist der andere denn jetzt tot? Willst du mir das mal sagen? Du hast den Pfeil in den Hals gerammt. Ach so, ich dachte, ich hätte den nur so quer in seinen Mund gelegt, dass er da drauf beißt. Trigger die immer wieder, wenn ich hier herkomme, oder was? Da kann man ja richtig schön XP faken, Alter. So, wie upgrade ich denn jetzt meine Axt? Strengs. Boah, die habe ich ja verbessert, Alter. Ja, schnell! Schnell, sonst schließt das Gate! Die laufen nur ganz locker festhalten.